Oh, Dr. Fetus hat eine Fernbedienung. Nein! Ist ja auch voll nicht übertrieben oder so. Tschüss, Dr. Fetus. Oder? Hm, okay. Hä? Sinn des Levels. Ah! Wow! Nein, voll nicht übertrieben oder so. Oh, das Level ist ja mal richtig übertrieben. Das ist nicht mehr normal. Oh, Junge. Du bist aus... Ach, der überlegt sich auch noch, wo er hängen geht, ja? Gut, und jetzt? Und jetzt? Wie komme ich denn noch umhin? Ach, genial. Jetzt steigt auch noch die Lava. Hm. Hm. Genau, weil es ja sonst auch nichts... Wo ist der Schlüssel überhaupt? Oh, mein Gott. Weiß ich habe auch sonst nichts zu tun. Oh, ah! Nein, da muss man wieder... Oh, Junge. Das Level wird mich... Super. Ich glaube, an diesem Level werde ich noch schön lange sitzen. Oh. Das war blöd. Junge, dieser... Der kleine Bastard. Hm. Nein! Mann! Hm. Ich könnte... Ich könnte mich gerade selber schlagen. Ich mache mal ein... Hm. Genau. Ich habe heute aber irgendwie nur... Mittag beim McDonald's gegessen. Zum Frühstück so gut wie nichts. Und heute Abend habe ich auch nichts mehr gegessen. Nach dem Keksebacken. Keksebacken. Was gab es denn für Kekse? Butterkekse. Haben sie geschmeckt? Sie sind ein bisschen kross geworden. Ich habe sie ein bisschen lange gebacken, aber sonst... Du kannst backen. Ja, meine Mutter ist Konditorin, ne? Oh, jetzt... Das heißt doch nicht, dass du das auf der App bekommen hast. Habe ich. Genau wie die Technikkenntnisse meines Vaters. Nein, nicht wirklich. Da habe ich so gut wie... Scheiß... Nur Scheiß-Physik machen. Also, wir lernen nichts wirklich in Physik. Okay, was macht der Junge jetzt? Betreibt der Junge gleich wieder? Nein! Nein! Oh, los! Komm, Meat Boy! Meat Boy! Meat Boy! Meat Boy! Nein! Warum? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh! Alter, dieser Dr. Fetus, ne? Ich hasse den. Ganz ehrlich, ich hasse den. Ich hasse ihn einfach dafür, dass er existiert und so eine Scheiße hier macht. Vielleicht mag er dich ja. Nein, er hat meine Freundin entführt, dieser Fetus. Der mag mich ganz und gar nicht. Dr. Fetus hasst nämlich Meat Boy. Wusstest du das noch nicht? Ich habe es über Meat Boy nie gespielt. Mehr ein Spiel für dich. Nö, du schreist das so gerne rum. Ist genau das richtige Spiel für dich. Ist richtig. Ich glaube, ich wäre das lieber nicht alpin, ey. Bevor ich mich da komplett blamiere. Aaaaaah! Mann! Oh, oh, oh! Halt, ey! Was macht dieser verrückte, fette Kloster denn immer wieder, ey? So, jetzt springen hoch da. Perfekt. So, jetzt da drauf. Da, da. Da, da, da. Und jetzt schnell dabei. Heilung. Nein, jetzt gehe ich in sein. Oh, Mann! So, jetzt springen hoch, du Wichser. So, und jetzt gehe ich hier so. Perfekt. Einmal hoch. So. So, so. So, 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 so. Jetzt gucke ich mal eben. Jetzt mache ich so. Jetzt mache ich... Nein! 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 Mann, wie kann man so failen? Das steht ja gar nicht alles, dieser Wichser. Ja, los, springen hoch jetzt da. Genau. Dankeschön. Jetzt einmal da drauf, einmal da drauf, da drauf. Da, 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 da. Was sagen wir mal um die Wahrseine, ey. Was backst du denn noch so, Leon? Uuua! Scheiße, hier am Ende, die Kacke da. Mann, das Game lässt mich verzweifeln. Jetzt kann ich auch... Jetzt brauche ich auch nicht mehr FIFA anfangen, jetzt kommt ein Digga nicht Doktor aus. Gut, Leon. Ich sage dann erstmal Danke. Warum? Für diese wunderschöne Aufnahme. Mach das nicht.